Hallöchen und hier wieder ein Ankündigungsvideo in eigener Sache. Und zwar gibt es heute wieder einen Livestream von Fallout 76 um 17.30 Uhr auf Twitch, der bei YouTube da haben immer noch leicht kleine Probleme. Wir werden unsere Base weiterbauen, also schaltet nachher ein um 17.30 Uhr bei den Bären auf Twitch. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.